Seit einigen Tagen gibt es die neue TikTok-App und die ist einfach mal eine heftige Kopie. In diesem Video zeige ich euch, wieso und bei wem hier mehr oder weniger alles geklaut wurde und beantworte die Frage, wieso das trotzdem wahrscheinlich keine Konsequenzen haben wird. Die App BeReal, über die wir vor einigen Wochen bereits berichtet haben, ist aktuell gerade riesig gehypt. Scheinbar hat TikTok hier Angst, einen neuen Rising Star hier in der Social Media Welt zu sehen und macht das einfach direkt mal nach. Äh, aber warte mal, gab es das nicht schon früher mal? Da hat auch Instagram sich die Stories von Snapchat, sagen wir mal, ausgeliehen und mit den Reels sich sehr stark an TikTok angelehnt, kopiert. Aber ich würde sagen, wir analysieren das Ganze einmal und setzen das hier gleich nebeneinander, dass wir einfach sehen, wie sieht es bei BeReal aus und wie bei TikTok Now. Die Oberfläche zum Aufnehmen sieht bei BeReal so aus und bei TikTok Now eben so. Wie der Feed bei BeReal aussieht, haben wir in einem separaten Video ja schon ausführlich erklärt. Das verlinke ich dir auch einfach mal, kannst du einfach dir kurz anschauen. Jetzt gucken wir uns also mal an, wie das Ganze eben bei den beiden Plattformen vor dem Posten aussieht und wie eben nach dem Posten. Wie wir sehen können, vor dem Posten ist bei beiden eben noch nicht zu sehen, was meine Freunde denn so alles gepostet haben und danach kann ich es eben sehen. So, das heißt, das Posten selbst und die Timeline ist doch, ja, ziemlich ähnlich. Da würde ich sagen, switchen wir doch einfach mal ins Profil. Im Profil kannst du bei BeReal deine Posts der letzten Tage sehen. Und wie das Ganze wohl bei TikTok Now aussieht, ja, kannst du es vielleicht schon mal raten. Du siehst es ja auch schon ganz genauso. Ja, aber kommen wir vielleicht jetzt zu der spannenden Frage. Wo unterscheidet sich denn das Ganze? Technisch ist es so, dass du bei BeReal ein 2-Minuten-Fenster hast, um deine Aufnahme zu machen. Danach wird es als Late gekennzeichnet. Bei TikTok sind es 3 Minuten. Du hast also ein bisschen mehr Zeit. Zudem hast du bei TikTok Now auch die Möglichkeit, Videos aufzunehmen und nicht nur Fotos wie bei BeReal. Ich gehe mal stark davon aus, dass es im Grunde die gleiche Engine ist wie in der originalen TikTok-App und die können natürlich Videos schon gut handeln. Was mich bei BeReal immer sehr, sehr gestört hat und da erspsche ich aus Erfahrung eben als Geschäftsführer von einer App-Agentur mit irgendwie knapp 50 Mitarbeitern, kenne ich das aus dem FF. BeReal hat sich da eine wirklich große Challenge genommen. Sie leiten nämlich im Grunde all ihre Nutzer ziemlich zeitgleich einmal am Tag in ihre App. Und das auf den Servern auszuhalten ist nicht ganz einfach. Die Problematik hat natürlich TikTok Now genauso, aber TikTok hat natürlich schon ein viel größeres Setup an Servern und kann das Ganze halt eben viel leichter verkraften. Also bei BeReal ist dir vielleicht schon aufgefallen, wenn du es selbst nutzt, dass du beim Aufnehmen eben das oftmals eine ganze Weile lang geht, bis es auch wirklich abgeschickt ist. Das ist mir bei TikTok Now noch gar nicht passiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, was mir bei TikTok Now wirklich heftig auf den Keks geht, sind die Benachrichtigungen. Es funktioniert bei BeReal eben als ein geschlossenes, separates, weil logischerweise es ist ja keine eigene Social Media Plattform. Bei TikTok beziehungsweise TikTok Now ist es so, dass du die gleichen Follower hast wie bei TikTok. Das ist an sich ein sehr spannendes Ding, um halt eben da mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Aber ich bekomme gerade bei den Benachrichtigungen eben bei jedem neuen Follower eben eine Push-Nachricht. Und mir geht es ja darum, eben diese eine Push-Nachricht am Tag mitzubekommen rechtzeitig, dass ich jetzt mein TikTok Now poste und da sind eben diese Benachrichtigungen super nervig. Wir haben das bei unseren Apps häufig mal so gemacht, wenn es verschiedene Arten von Benachrichtigungen gibt, dass du in der App eben über Schalter in den Settings einstellen kannst, worüber du benachrichtigt werden möchtest. Und ich würde da sofort eben ausschalten, dass ich über neue Nutzer beziehungsweise neue Follower benachrichtigt werde. Und ich sage mal, mein Account, der wächst gerade so irgendwie mit 100 Leuten am Tag oder so. By the way, an der Stelle, wenn du mir nicht folgst, ist das wahrscheinlich ein sehr guter Aufruf. Du solltest mir bei TikTok folgen, dann sehen wir uns auch bei TikTok Now. Und mit meinen 100 am Tag, die da gerade dazukommen, sind diese Push-Benachrichtigungen schon relativ nervig. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das bei einem wirklich großen Account ist. Was ich aus Creator-Sicht eigentlich sehr, sehr spannend finde, dass es eben die gleiche Community ist. Das heißt, jeder, der mir bei TikTok folgt, kann, wenn er die TikTok Now App installiert hat, auch wirklich meine aktuellen TikTok Nows sehen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, um halt eben eine Connection zu der Community zu bekommen. Bei BeReal ist es, wie gesagt, was komplett Eigenes und Abgeschottetes, wo ich mir gegenseitig folgen muss. Kommen wir zum Fazit. Grundsätzlich muss man Riesenlob an BeReal aussprechen, weil eben die Blicke von so einer Riesenplattform, die mittlerweile auch eine Monopolstellung quasi inne hat, nach so kurzer Zeit auf sich zu ziehen. Das ist alle ehrenwert, muss man echt sagen. Das System ist eben so unterschiedlich zu den klassischen Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok, dass eben mit Sicherheit auf Instagram-Seite genau geguckt wird, was BeReal macht. TikTok konnte hier relativ gut kopieren. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, was passiert. Weil auf der einen Seite finde ich es sehr, sehr viel praktischer, dass ich halt eben die TikTok-Community schon drin habe. Aber es ist eben kein separiertes Social-Network. Also ich kann nicht explizit sagen, ich möchte jetzt nur mit den zehn Leuten das teilen. Und da es hier wirklich um sehr intime Momente geht, also es ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass ich ohne Filter wirklich zeige, wie sehe ich gerade aus und wie sieht mein Gegenüber aus, also was sehe ich, da kann es gut sein, dass ich das nicht der kompletten Welt zeigen möchte. Also von dem her, mein Tipp ist, dass für Creator, das ein sehr, sehr spannendes Tool ist, eben den Followern quasi ein bisschen aus dem Alltag zu zeigen, ähnlich wie das die Stories machen. Auf der anderen Seite aber BeReal wirklich eine sehr, sehr gute Chance am Markt hat, für die Menschen, die eben keine große Reichweite haben und wirklich eben im näheren Freundes- und Bekanntenkreis einfach sehr intime Momente teilen wollen und damit zeigen wollen, wie geht es mir denn gerade, was mache ich denn gerade. Wenn du das jetzt komplett anders siehst oder mir völlig zustimmst, da bin ich mal sehr gespannt. Lass mich es gerne in den Kommentaren mal wissen, wir können ja gerne darüber diskutieren. Und ansonsten, wie vorhin schon gesagt, also folgt mir gerne auf TikTok, dann sehen wir uns nämlich automatisch auf TikTok Now. Bin sehr gespannt, werde das Ganze weiter beobachten. Und wenn wir da mal ein Update machen sollen, vielleicht in einem halben Jahr oder so, und mal schauen, welche von beiden denn noch lebt, dann lass mich es auch gerne mal wissen. Und dann können wir nochmal in die Kommentare schauen und schauen, wer in der Prophezeiung recht hatte. Ja, dann würde ich sagen, dass du das nächste Video kommende Woche, was auch wieder richtig spannend wird, nicht verpasst. Einfach am besten den Kanal abonnieren und die Glocke anmachen, denn nächste Woche, wie gewohnt, Dienstag 18 Uhr, geht es mit dem nächsten Video weiter. Lass es gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn du so weit durchgehalten hast und immer noch keine so richtige Ahnung hast, was eigentlich BeReal ist, du hast es ja jetzt schon kurz gesehen, dann verlinken wir dir jetzt an der Stelle einfach nochmal das bisherige Video. Ist erst ein paar Wochen alt, weil der Hype um BeReal wirklich sehr, sehr aktuell ist, aber eben ein super spannendes neues Netzwerk, was Instagram und TikTok angreifen kann. Und hier haben wir sehr ausführlich erklärt, was eben der Unterschied zu den klassischen Social Networks ist. Also schau es dir gerne mal an. Also schau es dir gerne mal an.